freunde ist es da wie geil ist das denn wir zocken jetzt runde doom eternal ich freue mich wie saug monatelang haben wir darauf gewartet und jetzt kann es endlich losgehen ja wo fangen wir denn an zu jung zum sterben wir sind auch so kleine anfänger also von daher mann ich freue mich schon endlich mal wieder ein highlight zum zocken gegen alles böse dass die hölle ruft jeden frevel den die menschheit hervorbringt gegen all dies entsenden wir nur dich reiße und zerfetze bis es vollbracht ist so wow jetzt jetzt das ist ja schon richtig richtig fett aus die atmosphäre lasst uns beten bete dass er zu uns die invasoren haben fast 60 prozent unseres planeten verzehrt das name eine geile knarre abgefahren es geht schon los er hat mir noch richtig bock loszulegen abgefahren die stimmung ja dann markier mal noch mal schön einsammeln hier looten ist das halbe leben was hat er denn für leiden füchst du einen dämon genug schaden zu wird er benommen und unbedingt flackern bis zu seiner nähe drücke eh oder menschen um ihn alles klar das ist doch mal was ein glory kill munition jawohl drücke c um sofort dämonen ketten sägen zu töten und eine munition wieder aufzuladen Oh nice, so lädt man Munition auf. Okay. Was war denn das für ein Behälter hier? Oh. Mach auf die Luke. Das soll mal einer verstehen. Gibt es ja irgendwo einen Hebel oder so? Ah. E-Muster drücken. Drücke leer um die Luft zu springen. Und nochmal leer, da während du in die Luft bist. Doppelsprung. Okay. Ah, es ist ja abgefahren. Abgefahren und schnell. So, Waffenmod-Auswahl. Das ist der Waffenmod-Auswahl-Bildschirm für den Mod-Bot. Kannst du einen Mod für eine verfügbare Waffe und dann freischalten. Okay, Verbesserung. Oh, freigeschaltet. Sehr schön. Okay. So, um eine Waffe im Mod zu benutzen, drückst du jetzt die Maus 2 und dann Maus 1. Ah, alles klar. Ja. Äh, quasi so. Das ist ja fett. Ja, ich würde sagen, er schlägt sich hier so durch. Das ist ja fett. Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen Energie. Ich glaube, ich brauche mich. Oh, immer schön in Bewegung bleiben. So, wo kommt der Nix her? Die immer schießen, das sind die Schlimmsten hier. Mann, Mann, Mann. Oh. Oh, den hat aber zermatscht. Heftig, heftig. Geht ganz schnapp hier. So, das war also der Priester, den wir suchen mussten. Der erste Höllenpriester wurde vernichtet. Die dämonische Verzehrung der Erde wurde um 36,8% reduziert. Jo, dank für die Info. Alter, was ist das denn? So, was haben wir denn hier noch? Vollautomatik, hört sich ja nett an. Vollautomatik freigeschaltet. So, drücke F Waffenmodus zu wechseln. Alles klar. So, die Zielmarkierung zeigt dir aktuell die Ziele an. Du siehst, du siehst über den Kompass und die Automap-Drücke alt, um die Spiele-Zielfeld anzeigen zu lassen. Okay. Okay. Das gibt wieder Munition. Gucken, kann ich hier runter? Jo. Muss ich sogar runter. So, einige Dämonen und weiße Spachpunkte auf, die beim Priffer zusätzlichen Schaden nehmen oder sogar Fähigkeiten nehmen. Bei Schaden blitzen sie rot. Okay. Oh, ich glaube, wir müssen weg. Ähm, bisschen Energie sammeln. Mann, 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 ey. Okay. Sonst sind nicht wenig, die hier rumrennen. Okay. Da wollte ich aber gar nicht hin. Sondern ich wollte ja alles looten, was hier rumliegt. Mann, 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 ey. Hier geht's aber ganz schön ab, sage ich euch. So wollen wir das. Absolut geil. So haben wir uns Duben immer gewünscht. So, müssen wir mal Eidrücken. Mit Worms-Mohäuer. Ah, Dollar. Jawohl. Wow. 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 Drücke Kuh oder Maus, um schnell zu einem vorherigen Waffen zu wechseln. Okay. Oh, hier steht er und benutzen. Sophie Kuh. Oh, dass ich mir nicht mehr überwächt. Ich glaube, wir haben es auch schon ein paar Jahre drauf. Okay. Du siehst wie auf der Karte, okay. Tab können wir die Karte öffnen. Guillermo. Tapp. Das grüne ist das was wir aufgedeckt haben. Los geht's. Oke. Fette Waffe. Die Waffe gefällt mir, muss ich ehrlich sagen. Oh, aufpassen. Hier muss er echt gutes Aiming haben. Die Waffe, du bist in der Wind. Die Waffe, du bist in der Wind. Jetzt geht's mit der Wind. Die Waffe, du bist in der Wind. Das sind die Waffe, du bist. Okay, wenig Munition. Man, 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 man. Oh, echt hartnäckig. Oh. Oh, das war's. Der hat mich auf jeden Fall platt gemacht. So Freunde, ich würde sagen, es war mir schon mal mega geil. Und für die allererste Runde würde ich sagen, lass mal, lassen wir es auch dabei. Wobei, ich spiele bestimmt gleich wieder noch mehr Runden, die ich dann aufnehme und die ihr euch dann angucken könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.